Was stellt CEWE für Produkte am Standort Gärmering her? Wir stellen CEWE-Fotoprodukte her. Das sind CEWE-Fotobücher, CEWE-Kalender, CEWE-Grußkarten und CEWE-Wandbilder. Welche Produkte verteilen Sie an den Kunden von Gärmering aus? Wir verteilen an den deutschen, süddeutschen Markt, an den italienischen, an den österreichischen Markt alle Produkte, die in einem Standort von CEWE hergestellt worden sind. Das heißt, Sie verteilen hier auch Produkte, die jetzt beispielsweise in Oldenburg hergestellt wurden? Richtig. Wir produzieren nicht an allen Standorten alle Produkte, sondern haben aus Effizienzgründen gewisse Produktzusammenführungen, aber müssen über Distributionsgebiete diese Produkte auch an den Mann bringen. Was war die Herausforderung für die Intralogistik hier am Standort Gärmering? Die Herausforderung ist die Unterschiedlichkeit unserer Produkte. Wir haben Produkte, die sind 10 x 20 cm groß. Wir haben Produkte, die 1 m x 1,50 m groß sind. Diese Produkte müssen alle über dieselbe Logistik, über alle über denselben Warenfluss laufen. Warum haben Sie sich für die Denizort-Anlage entschieden? Die Denizort-Anlage ist sehr flexibel. Wir können unterschiedlichste Produktgrößen damit sortieren. Ebenso ist die Denizort-Anlage so flexibel in ihrem Aufbau, dass sie auch in ein Bestandsgebäude eingebracht werden konnte und möglichst wenig Platz verbraucht. Denizort-Anlage kamen dann đây und dem Politikerin Methode Mä aventurisches celebrauchen. Wer aber in der Kanade? Und wir können weiterhin cholesterol. Um das zu hierverd root und esfuerzieren. Kar